Die Börsenminute, Investments für die 20er Jahre Der Vergleich des Anlegerverhaltens mit dem Katastrophenfilm Don't Look Up von Regisseur Adam McKay durch Hendrik Tuch, Fixed Income Experte bei Egon Asset Management, gefällt mir. In dem Kinoschlager entdecken Wissenschaftler einen Kometen, der die Erde treffen wird. Doch das Weiße Haus will die Warnungen nicht hören, der Ausgang ist fatal. Der Film erinnert auf unheimliche Weise an den Zustand der Finanzmärkte in den letzten Monaten, meint der Kapitalmarktexperte Hendrik Tuch. Trotz der bevorstehenden Straffung der Geldpolitik legten Aktien und andere Risikopapiere weiter zu und viele Aktienmärkte erreichten fast jede Woche neue Höchststände. Die meisten Aktienmarktstrategen predigen weiterhin das Evangelium, bei Kursrückgängen zu kaufen, was in den letzten Quartalen so gut funktioniert hat und Ihrer Meinung nach auch in den nächsten Monaten gut funktionieren wird. Meiner Meinung nach raten Sie uns, nicht nach oben zu schauen, während der Komet der FED immer näher kommt. Die Handlungen und Worte der FED in den letzten Monaten zeigen, dass sie sich wirklich sorgen um eine galoppierende Inflation macht. In diesem Jahr werden wir nicht nur ein schnelles Ende der Ankaufprogramme der FED erleben, sondern auch eine Reihe von Zinserhöhungen verdauen müssen und obendrein erwägt die FED nun, ihre Bilanz zu verkleinern. Soweit Hendrik Tuch. Ich denke auch, dass wir nach oben schauen sollten, also die FED-Maßnahmen nicht ignorieren sollten, aber auch nicht die Flucht aus den Kapitalmärkten antreten sollten, sondern vielleicht bei Technologieaktien und auch bei allen anderen Aktien uns mehr inflationsresistentere Unternehmen ins Portfolio legen sollten. Also jene, die ihre Marktmacht und Preise durchsetzen können und die nicht allzu sehr verschuldet sind. Zum Schluss nochmals Hendrik Tuch. Meine größte Sorge ist jedoch der Moment, in dem die Aktien- und Rentenanleger wirklich anfangen, in den Himmel zu schauen und die wahre Größe des ankommenden FED-Kometen erkennen. Die FED hätte die Straffung der Geldpolitik im vergangenen Jahr früher einleiten sollen. Das Hinauszögern der Drosselung im letzten Jahr hat nun dazu geführt, dass der Komet, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, eine größere Bedrohung für alle Finanzmärkte darstellt, so Tuch. Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht Julia Kistner. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung. Vielen Dank.